Da sind wir auch schon wieder bei Kingdom Come Deliverance, werden uns sofort auf den Weg zum Köhler machen, um ihn zur Rede zu stellen, denn direkt neben seinem Köhler, äh, Miler hier, ist ein Verbrechen geschehen, mein Freund. Guten Tag. Ja, noch ist er gut. Was ist an der Kreuzung geschehen? Was für eine Kreuzung? Was redest du da? Kreuzung? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Kreuzung gesehen. Was ist das, diese Kreuzung? Ey, es ist doch unfassbar. Genug davon. Ich weiß, ihr habt jemanden hergeschlemmt, also sag mir, was passiert ist. Ich weiß von nichts und hab auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst, frag Boris. Ich will nichts damit zu tun haben. Wer ist Boris? Wer ist dieser Boris? Ja. Boris schwingt dir die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Ey, ich habe hier keinen anderen gesehen außer ihn. Was soll denn das? Hey, bist du Boris? Nein, du bist ein Reh. Ähm, wo ist denn hier bitte ein Boris? Oder gibt es hier noch mehr? Ich meine, der Weg führt hier hinten noch hin und hier rüber. Da vorne ist auch nochmal ein Lager. Ist hier eventuell ein gewisser... Da ist der Boris. Der Boris. Und der hat auch eine rote Kappe auf. Der müsste wissen, was los ist. Ich hab gehört, du bist hier der Beitschrift-Schwinger. Mein Freund. Komm mal her. Beste Grüße. Ja, noch sind die Grüße beste. Äh, nein, das passt irgendwie nicht. Was weißt du über den Wagen, der bei der Kreuzung überfallen wurde? Kein Schimmer, wovon du redest. Ach ja? Ja? Ist das ein Problem? Das ist ein Problem. Ist wohl eher von der wiederborstigen Sorte, was? Kann sein. Pass auf, du Kraftmeier. Fang an zu reden, wenn du nicht willst, dass ich dir dein Grinsen aus dem Gesicht wische. Ja, natürlich. Jeder weiß doch, dass Köhler Langfinger und Halsabschneider sind. Aber ich sag dir, so war es nicht. Ich höre dich gerne an. Lass mich eins klarstellen. Wir haben niemanden überfallen. Was hattet ihr dann bei der Kreuzung verloren? Wir kamen vorbei und sahen den Wagen. Also nahmen wir die Säcke mit. Nur die Säcke? Was ist mit der Blutspur, die zum Lager führt? Dazu wollte ich gerade kommen. Da war auch ein Verwundeter. Was sag ich, er war zerschnitzt wie ein Märtyrer auf einem heiligen Bild. Hat uns angefleht, ihn zu verstecken. Also ist er hier bei euch. Lebt er noch? Der Kerl hat einen starken Überlebenswillen. Weißt du, wer den Wagen überfallen hat? Kein Schimmer. Wir kamen später dazu. Hat er euch etwas erzählt? Er war nicht gerade redselig. Mit durchlöcherter Lunge spricht sich schlecht. Wo ist er? Wir haben ihn in den Schuppen da gesperrt. Ich will mit ihm sprechen. Weiß nicht. Er hat gezahlt, damit wir keinen zu ihm lassen. Das haben wir schon durchgekaut. Ja, ja. Beruhige dich doch. Hier. Nimm den Schlüssel. Danke. Danke. Ach ja, es ist immer so, irgendwie, wann immer ich Rollenspiele spiele und in Positionen komme, wo ich das Sagen habe, habe ich das Bedürfnis, bösartig zu werden. Ich weiß nicht, warum. Eine Unterhose und neun Groschen. Ich glaube es ja wohl. Hey, hey du. Na? Du siehst aus wie der Komane, den ich letztens eingesperrt habe. Wer bist du? Tu, was ich sage. Und du kommst dir vielleicht lebend raus. Was? Was soll das heißen? Mach dir keinen Kopf. Beantworte einfach meine Fragen und vielleicht helfe ich dir. Na, wenn du das sagst. Für wen arbeitest du? Wem gehört der Wagen? Menhard. Er ist irgendein Händler und hat mich zum Schutz angeheuert. Mehr weiß ich nicht. Hm. Und wohin ist dieser Menhard verschwunden? Keine Ahnung. Bin bewusstlos gewesen und erst hier wieder zu mir gekommen. Weiß nicht mal genau, wo ich bin. Wer griff den Wagen an? Ein Ritter. Ist uns schon ein Weilchen gefolgt. Und wohin ging er? Weiß nicht. Ich wurde verdroschen und ohnmächtig. Ein Ritter? Weißt du, was ihr auf dem Wagen hattet? Das habe ich Menhard nie gefragt. Kann ich die Wunde sehen? Bist du ein Heiler? In der Art. Mal sehen. Du verlierst Blut und die Wunde ist tief. Die Blutung muss gestillt werden. Hilfst du mir? Ich versuch's. Erzähl mir mehr über den Ritter. Wo sind die Münzen? Was? Welche Münzen? Ich werde mich nicht wiederholen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Münzen. Schluss! Wo sind die Säckel, die ihr vom Wagen genommen habt? Die Säckel? Da hinterm Schuppen. Das ist er. Das muss dieser Ritter sein. Aha. Und das ist alles? Habt ihr sonst noch etwas mitgenommen? Äh, äh. Moment mal. Scheiße, halt! Bleib sofort stehen! Wer ist das denn? Äh, Pferd. Wo ist er hin? Da ist er. Was für ein Ritt. Äh, was muss ich denn mit ihm machen? Muss ich ihn niederschlagen oder was? Oder muss ich ihm einfach nur hinterher? Das ist jetzt die Frage. Ich, ich weiß es gerade nicht. Ich kann doch nicht die Waffe ziehen, weil ich im vollen Galopp bin. Ach, komm schon. Was hier los ist? Eine Verfolgungszeit, eindeutig. Ha. Hallo. Ich hab ihn doch... So, ich hab ihn gestellt, oder? So, jetzt können wir absteigen und mit ihm kämpfen. Das ist gut. Na, komm. Lass uns kämpfen. Hast du dein letztes Gebet gesprochen? Jede Nacht. Und du? Wie sieht's mit dir aus, alter Mann? Na, wie sieht's mit dir aus, alter Mann? Hast du dein letztes Gebet gesprochen? Ach, komm. Du hast keine Chance gegen mich. Wir sind meist im Schwertkampf. Ich habe das junge Blut, aber ich habe keine Wahl. Ja, doch. Du könntest einfach sagen, ich mach das nicht, aber... Machst du ja anscheinend nicht. Au, er kann auch riposten. Ah, ja, ich verstehe. Ist anscheinend doch ein etwas erfahrenerer Ritter. Aber den kriegen wir auch klein. Na, komm. Treff uns. Nein, noch lange nicht. Ich fange gerade erst an, mein Freund. So, und jetzt sagst du mir, was hier los ist. Na? Gott verdammt. Scheint, als hätte ich einen Ebenbürtigen gefunden. Einen Ebenbürtigen? Wohl eher dein Meister. Brüste dich nicht so. War ein... harter Tag. Das ändert gar nichts. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und du wirst sie mir alle brav beantworten. Zuerst sagst du mir, wer du bist. Mein Name ist Ulrich. Ich sage dir gar nichts, ehe du mir nicht etwas zusicherst. Versichern? Wie wäre es damit? Du redest und ich lasse dich leben? Denkst du, ich glaube dir das? Ich weiß sehr wohl, wie solche Geschichten enden. Ich war öfter am anderen Ende des Schwertes, als du zählen kannst. Du hast mein Wort. Das Wort eines Diebes, Beiger. Was die Pfarrer sagen, ist wahr. Aber die Welt ist verrückt geworden. Töte mich besser. Ich bin sowieso am Ende. Genau wie du. Wieso soll ich am Ende sein? Wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert umkommen. Sobald du zu einer Waffe greifst, sind deine Tage gezählt. Das gilt für jeden von uns. Nicht für jeden. Doch für jeden Einzelnen. Ob Ritter, Söldner oder Strauchdieb. Es gibt Männer, die friedlich sterben. Frau und Kinder an ihrer Seite. Aber nicht du. Oder ich. Du endest in einem Graben mit deinen Eingeweiden neben dir. Anders als du bin ich kein Verbrecher. Du hältst das Fälschen von Geld für ein ehrliches Handwerk. Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Fälscher. Ich untersuche die Sache. Was? Was sagst du da? Ich diene Herrn Ratzichkubilla, dem Herrn über Skarlets und königlichen Hauptmann. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich wurde auch hergeschickt. Von wem? Steck die Waffe weg. Dann reden wir von Angesicht zu Angesicht. Falls wir tatsächlich ein gemeinsames Ziel haben. Ich vertraue Ihnen irgendwie nicht, aber trotzdem, wir versuchen es einfach mal. Wir müssen ein bisschen Vertrauensvorschub leisten. Steh auf. Nun ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kubilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Da sind jetzt gerade nicht wirklich irgendwo hinten Räuber unterwegs, oder? Wer war's denn? Meinhard, der Händler aus Passau. Hör zu, ich werde dir alles erklären. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Faefer? Wenn du Herrn Ratzig dienst, musst du ihn kennen. Ich denke, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Faefer hingegen wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sarsau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Ulrichs Dokumente erhalten. Meister Faefer, da hat uns doch vor kurzem erst der Herr Ratzig hingeschickt, dass wir mit dem reden, weil der irgendwie der Meister der Bauhütte ist oder ich meine, sowas gehört zu haben, ja? Solltest du nicht mitkommen? Solltest du mich nicht zu Faefer begleiten? Nein. Ich muss in Sarsau verweilen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Wer bist du eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter. Die haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr musst du nicht wissen. Ich wüsste gern mehr, aber ich glaube, mehr verrätst du mir nicht. Dein Gefühl trügt dich nicht. Für wen arbeitest du? Ich verstehe, weshalb du fragst. Aber es steht mir nicht frei, dir zu antworten. Na gut. Aus dir rausprügeln werde ich es nicht. Sag mir, was du über die gefälschten Münzen weißt. Kennst du Passau? Nein. Was ist das? Eine Stadt in Bayern. In Passau blüht der Handel. Alle Währungen des Abendlandes wechseln dort ihren Besitzer. Verstehe. Also auch Prager Groschen. Vor ein paar Monaten wurden dort gefälschte Groschen entdeckt. Sie sind aus Kupfer und wurden mit Silber überzogen. Die Passauer Ratsherren brachten ans Licht, dass eine Familie von Geldwechslern die Finger im Spiel hatte. Sie holte die gefälschten Münzen aus Böhmen und schickte echte zurück. Mein Lehnsherr ist ein Verbündeter der Ratsherren, weshalb sie ihn baten, das zu klären. Und er schickte dich? Ja, er benötigte jemanden, dem er voll und ganz vertrauen kann. Ja, gibt's denn was Schöneres, als einen alten Bayer in dem Wald zu treffen? Wahrscheinlich nicht. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin sie echte Münzen her. Groschen, Vorins, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Was? Mitten in einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauerschreiber in den Verhörberichten notiert hat. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Menhardt eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges, bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Menhardt, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was ihm erfahrene wir nichts mehr? Nein, leider nicht. Tja, dann begebe ich mich zu Fafer. Ja, also das Kloster ist irgendwie in diese Sache verwickelt. Das Kloster ist von Anfang an wirkte das irgendwie verdächtig. Na schön, ich begebe mich zu Meister Fafer. Gute Reise. Ich warte in Sasau im Gasthaus zum Fuhrmann. Na ist ja gut, deswegen nicht umgebracht haben, nicht? Hier, Wut, Wut, pure Wut, Wut. Wo ist dein Problem? Was? Was geht denn mit dir? Sag mal, was ist denn jetzt los? Ich hab einen Banditen? Ey, was ist denn mit dem los? Wir haben das Ganze doch schon durchgespielt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wir müssen... Hast du genug, Junge? Du bist doch eh schon fast tot. Ich will dich nicht umbringen, bitte. Das sind noch mehr Banditen. Guck dir das mal an. Was haben wir denn da? Unterhaltung? Wurz? Da kreicht er wie ein Mädchen. Kannst du mir vielleicht mal gegen die Banditen helfen? Ja, das ist typisch Bayer, oder? Oh, ich habe nichts gesagt. Kannst du mal aufhören, bitte? Es ist Schluss jetzt. Du hast mich angegriffen, mein Freund. Wie? nie die Menschen werden schlimme Dinge merken. Hau ab. Komm an Enten läuft noch einer rum. Und noch einer. Ich glaube, ja, wo das hackt. Das gibt's doch nicht, dieses Spiel. Wie viel sind denn hier von denen unterwegs? Aber ich muss zugeben, die Rüstung, die hält einiges aus. Du hast keine Chance. Ach, das ist Bitten in einem Banditenlager hier unten. Ich verstehe. Ja, das hilft uns aber jetzt nicht weiter, wenn wir den Typen jetzt umbringen müssen. Ich will nicht gegen den kämpfen. Wenn wir den noch einmal treffen, dann ist er tot. Kannst du bitte aufhören? Jetzt geh doch einfach mal weg, Mann. Das ist doch unfassbar. Warum tut er das? Was soll ich denn jetzt tun? Wenn ich jetzt noch einmal treffe, dann ist er mehr oder weniger tot. Und dann liegt er hier rum. Ich will doch einfach nur, dass du weggehst. Mensch. Es ist doch nicht zu fassen. Noch bin ich nicht am Ende. Wir haben doch gerade ganz friedlich miteinander gesprochen. wo ist wo ist dein Problem und wo ist jetzt dein Problem? Bitteschön. Doch einfach auf. Vor allen Dingen, er kämpft auch noch relativ stark. Das ist das Problem. So, und jetzt zack. So, und jetzt ist Schluss. du kannst gehen und komm nie wieder. Ich verstehe. Gott sei mit dir. Sag mal, was ist denn los? Was ist denn los mit dem? Ich verstehe das nicht. Wir hätten nicht die Waffe ziehen sollen in seiner Gegenwart, aber wir haben ihn halt auch direkt hier am am Lager gestellt. Ich muss natürlich alles mitnehmen. Das kennt ihr ja schon. Gewöhnliches, kurzes Kettenhemd. Ja, her damit, her damit. Spitzpahl. Jawohl. Her damit. Das war jetzt die skurrilste Szene, die ich hier jemals beobachten durfte. Jetzt haben wir hier jede Menge Leichen rumliegen von Leuten. Es ist doch es ist doch nicht mehr nicht mehr normal. Ach, guck mal, ein bayerisches Kettenhemd. So, so. Haben wir hier etwa Bundesgenossen von dem guten Mann hier. Ist er vielleicht doch ein Bandit gewesen? Wo ist das leider alles? Ich weiß, wir brauchen kein Geld mehr, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Hier oben war noch einer. Hier ist noch einer, ne? Ja, genau. So, von ihm nehmen wir den Bogen mit, die Pfeile. Ne, das hier. Die Stiefel kann er behalten. Ne, komm, die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Ja, toll. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht irgendwie, dass er jetzt nicht irgendwie die Quest zerbrochen hat. Nicht, dass er dann irgendwo in Sarsau steht und mit uns nicht mehr reden will. Vor allen Dingen, was ist jetzt schon wieder mit meinem Ruf passiert? Bitteschön. 83, 71, 75, na gut, der geht noch. Der ist noch in Ordnung. Wobei, Talenberg machen wir mal auf 100, oder? Ne, Steinhauer. Let's go. Alles in Ordnung. Äh, ähm, ja, okay. Na gut. Offenbar hat sich da doch nicht so viel verändert. Dann bin ich zufrieden. Aufhören. Hörst du? Ich gebe auf. Ich wollte doch gar nichts. Na gut. Ich lasse dich laufen. Ja. Gott segne dich. Kommst du jetzt alle paar Minuten zurück, um dich zu ergeben, oder wie sieht es aus? Dankeschön. So, und hier ist das Räuberlager, in dem die Banditen offenbar zu Hause waren. Ich gucke mal gerade auf die Karte. Wo ist denn das eigentlich? Ach so, ja, hier. Genau das Räuberlager. Toll. Gut, dass der genau hier hingeritten ist. Vielen Dank auch. So, hier nehme ich nur den Bogen mit. Den Rest können sie behalten. Gibt es hier noch immer eine Kiste, die ich plündern könnte, oder ist jetzt hier... Ja, offenbar. Aber da seht ihr mal, wie stark wir im Kampf geworden sind. Da macht uns der Ritter hier nichts vor, und wir können gleichzeitig noch mit den ganzen Leuten hier kämpfen. Das ist schon ordentlich da. Da kann man sich nicht beschweren. So, ich gehe mal kurz hier hin, packe das Ganze mal in... mein treues Pferd hinein. Den Spitzpferd kannst du auch mitnehmen. So, Beckenhaube weg, weg, weg. Blauer Joupon ist natürlich, ja... Ist aber von der Qualität her nicht so gut wie der dunkle Joupon. Ja, dann kommt er weg. Die Beinlinge, den Nackenschutz behalte ich mal. Gepolsterte Bunthaube. Hm, er ist schlechter. Ist auch schlechter, glaube ich. Ne, ist gleich. Hm, na gut. Gewöhnliches kurzes Kettenhemd. Komm weg, weg, äh, weg. Weg, 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 weg. Ja, mhm, ja, bin ich mit einverstanden. Kann alles, ja, in das Pferd hinein. Und jetzt sind wir wieder in Ordnung. So, dürfen wir dann jetzt endlich weiter. Wie sieht's aus? Muss ich noch mit... Ist jetzt in Sasau alles tot oder ist jetzt... Sprich mit dem Gemeindepfarrer? Okay. Okay, noch mehr auch jetzt. Okay, was machen wir jetzt als nächstes? Die Frage ist, hat sich jetzt da... Moment, ich muss noch eine Questlog gucken. Alles, was glitzert. Gib Ulrichs Schriftstücke an Meister Phaffar. Kann ich machen. Ist kein Thema. Kein Thema für den Phaffar. Letzter Wille unter Tage. Sprich mit dem Bergbau-Konstrukteur. Ach stimmt, ich muss ja jetzt erstmal mit Meister Phaffar sprechen. Wo ist denn die Hauptquest? Kann mir das mal einer erklären? In Ratai. Sehr schön. Ja, pass auf. Folgendes. Dann werden wir jetzt mal schnell reisen nach Ratai. Aber erstmal steige ich auf mein Pferd, weil ich glaube, man reist schneller. Also, die Schnellreise ist schneller, wenn man auf dem Pferd sitzt. Habe ich zumindest so das Gefühl gehabt. Können mich ja korrigieren, wenn es richtig ist oder wenn es falsch ist. Ich reite jetzt mal hier zur Mühle. Oh, er nennt aber einen sehr interessanten Weg. Das gibt es doch nicht. Ich kann nicht anders. Ich muss leider anhalten. Genug, genug. Ich gebe auf. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Bist du mir jetzt von da hinten nachgelaufen oder was? Geh. Verschwinde von hier. Das werde ich dir nie vergessen. Ja, danke. Du kommst doch eh in zwei Minuten wieder und... Was hast du für ein Problem, Mensch? Darf ich jetzt bitte nach Ratai reisen? Ja, vielen Dank. Offenbar hat er uns in Ruhe gelassen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich will da nicht zu früh Juche schreien. Nachher kommt er dann noch nach Merhoyed gerannt oder sonst wohin. Und sagt, oh, bitte tu mir nichts. Oh nein. Aber ich hoffe wirklich, die Quest ist jetzt nicht broken. Also, dass die jetzt nicht... Oh Gott, das wäre ja furchtbar. Dann könnte ich ja schon wieder alles neu herstellen. Überfall auf dem Weg. Wetten? Wetten? Ach nee, das ist diesmal ein richtiger Überfall. Ja gut, da kümmere ich mich mal eben drum. Ist das nicht die gleiche Stelle, wo letztes Mal auch Banditen waren? Wo seid ihr denn? Hä? Was ist denn das für ein Pferd da hinten? Das ist das Pferd von Herrn Ratzig? Was ist denn hier los? Was ist hier los? Wir tun sich ganz seltsame Dinge gerade. Und warum? Ach guck mal, du bist das. Ja und jetzt? Wer schießt da mit Pfeilen? Hallo? Sind hier noch mehr Kumanen? Entschuldigung. Ach komm, ich plündere den so lange mal. Der andere ist ja beschäftigt mit seinen Pfeilen. Kettenhaube nehme ich mit. Die Groschen nehme ich mit. Ja, das Ding nehme ich mit. Und das hier. Das sollte reichen. So von da hinten kam der Pfeil, wenn ich das richtig gesehen habe. Kannst du mal hier rüber gehen, Heinrich, bitte? Aua. Ach nee, da ist er ja. Guck mal, da ist er. Versucht er gerade zu fliehen? Oder was macht er? Hallo? So, jetzt sind wir nicht mehr so. Oh, ich wollte den Körper nicht aufheben. Ich wollte ihn plündern. Fallen lassen. Was nehme ich von dir mit? Die Armschienen auf jeden Fall. Das Jagdschwert, den Kumanischen Helm. Ja, kann man auch mitnehmen. Die Wundpfeile. Die haben alle Wundpfeile dabei. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber davon haben wir jetzt mittlerweile halt auch schon so viele. Das ist jetzt, ja, obsolet geworden, die mitzunehmen. Vor allen Dingen, wir arbeiten ja auch gar nicht mit Pfeil und Bogen. Das ist so ein bisschen... Das ist eigentlich schade, aber es ist nicht meins. Es ist einfach nicht meins in dem Spiel mit Pfeil und Bogen. Und warum steht jetzt hier das Pferd von Herrn Ratzig? Kann mir das mal einer erklären? Das ist doch sein Pferd. Das sah genau so aus. Darf ich jetzt bitte... Ach, da ist das Commandant-Lager. Sieh an, sieh an, sieh an. Hm. Ist da was, wenn wir schon mal hier sind? Das packen wir jetzt gerade noch schnell in die Folge hier mit rein. Dann können wir die nämlich alle wegschnetzeln. Wir sind ja ein mächtiger Krieger. Oh, Kumanen. Oh, Kumanen, wo seid ihr? Ich muss mit euch reden. Wollen wir spielen? Ich möchte mit euch spielen. Liebe Kumanen. Hier soll irgendwo das Kumanen-Lager sein. Ja, ist ja großartig. Ist ja genauso wie bei der Schatzsuche. Sieh an, sieh an. Ein Kumanen-Lager. Aber das springe ich jetzt nicht runter. Sonst ist gleich wieder Juhai angesagt. Sind hier vielleicht Kumanen? Entschuldigung. Ich habe mich verlaufen. Könnt ihr mir sagen, wo ich hin muss? Entschuldigung, sieh da. Können sie mir sagen, wo ich... Was machen sie denn da? Das sei jetzt unhöflich. Also, beim besten Willen. Aber, naja, das ist jetzt... Da muss ich sagen, die Kumanen haben keine Manieren. Wir sind traurig jetzt gerade. Ich sehe noch mehr Kumanen. Hey, Lichidazo. Lichidazo? Kannst du mir helfen? Offenbar auch nicht. Was ist denn hier nur los? Die sind alle so unkooperativ. Noch ein Ohr eines Kumanen. Das wird ja einmal besser. Kettenhaube nehme ich mit. Den Bogen nehme ich mit. Den Helm nehme ich mit. Den Rest kann er getrost behalten. Vielen Dank auch. Entschuldigung. Könnte es sein... Können sie mir vielleicht helfen? Ich bräuchte hier einmal... Ganz kurz... Ach, guck mal, er ist besser. Ja, gut. Igma Jok. Und hätte vielleicht Sachen ins Pferd lagern sollen, ne? Na ja, gut. Den kriegen wir auch so hin. Aber der hat eine richtig schöne schwere Rüstung. Die wird... Die wird viel... Geht aber mal. Guck mal, jetzt schubst du mal die weg. Und dann kriegst du einen auf dem Kopf. Und dann kriegst du noch einen auf dem Kopf. Dann bist du tot. So, und was ist mit dir? Möchtest du auch tot sein? Ja? Können wir regeln. Pass auf, ich schubse dich mal kurz weg. Ach, du schubst mich weg. Na gut. So, jetzt aber. Und jetzt kriegst du gleich einen auf dem Kopf. So, und dann kriegen wir noch einen auf dem Kopf. Und jetzt ist Schluss. Und dann kriegst du noch ein Schwert in den Rücken rein. Oh, so richtig schön zählen die Rippen. Ja. So, okay. Dann ist das auch geklärt. Ich denke jetzt mal, jetzt haben wir das mit den Kumanden hier erledigt. Edler Nackenschutz. Ja, sehr, sehr schön. Gepolsterte Bundhaube. Dann nehme ich mit. Die Armschienen. Das ist relativ wertvoll. Das Kumandliche Kettenhemd natürlich. Das kann ich nicht zurücklassen. Den Rest darfst du gerne behalten. Die Waffen von dir. Ja, kann man machen. Ich nehme sie mal mit. Für alle Fälle. Wir haben ja noch Platz im Pferd. Und bei ihm das Ohr auf jeden Fall. Die Groschen auf jeden Fall. Ja, das Ding. Das Ding. Und er ist genauso ausgerüstet wie der andere auch. Das heißt, eine Räucherwurst. Mh, lecker. Ich glaube, das war es jetzt aber an mit Kumanden, ne? Mhm. Gut, ab aufs Pferd. Ab aufs Pferd. Und damit wir nicht mehr überladen sind. Dann können wir nämlich wieder schnell reisen. Zack, zack, zack. Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ich verstehe. So, 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 so und so. Guck mal, da haben wir ja sogar alles auf dem Pferd lagern können, was wir dabei hatten. Das finde ich sehr löblich. Hier ist der Bundpfeil. Den können wir weggeben. Der steckte in uns. Haha. Ja, gut. Ach komm, das schild nimmt ich noch mit, oder? Ja. Komm. Bevor wir es liegen lassen, wäre auch schade drum. Äh, ist immer gut, wenn man Sachen mitnimmt. So, habe ich hier noch irgendwas verpasst, oder stecke ich jetzt im Wald fest? Ne. Ja, das war es dann auch mit dem Kumandenlager hier. Dann würde ich sagen, wir werden uns dem Lager wieder, äh, entfernen. Ein Häschen war im Feuer. Es hat sich freiwillig ins Feuer gesetzt. Habt ihr gesehen? Äh, wir werden uns von dem Lager wieder entfernen. Ja, Heinrich, Heinrich, Heinrich. So, jetzt aber. Wir werden uns von dem Lager wieder entfernen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Das war die falsche Reihenfolge. Ich muss nochmal von vorn anfangen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann nach Rathai gehen und dort mit dem Meister der Bauhütte sprechen. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem kumanen Schlachtenden. Tschüss.